Willkommen bei der Swiss Traders Schlag den DAX Show mit dem Aufblick auf die Märkte. Momentan herrscht Schrecken, Angst und Schrecken in Europa. Die russische Aggression hört momentan nicht auf. Die Märkte schwanken wie verrückt. Schauen Sie die Risiken beim Trading auf HTTPS Daytrader Website. Ein Kanal Abo hält Sie auf dem Laufenden, aktivieren Sie die Glocke. Der Disclaimer findet keinerlei Anlageberatung statt. Ja, wenn wir das schauen, sehr nervöse Bewegungen hier über das H1 Maximum, dann wieder unter das H1 Maximum. Da 12,698, also 12,600 und da 12,762, also so 100 Punkte. Die können dann sehr rasch mal abgearbeitet werden. Es besteht auch die Gefahr, dass es massive technische Bewegungen gibt, technische Ausgleichsbewegungen nach oben. Schauen wir mal noch Trading View an. Wir sind da über Nacht massiv gefallen. Es kann ohne weiteres technisch sein, dass wir da wieder ein 62% Retracement machen oder sogar mehr. Aber es kann auch sein, dass wir da weiter nach unten gehen und ein mögliches Ziel wäre etwa 11,450 oder 997,1. Das, das 997,1 war das Corona-Tief. Schauen wir da mal im Monatschart am besten mal. Ja, das sieht schon ziemlich massiv aus. Wir hatten jetzt schon drei Monate rote Kerzen. Es ist da natürlich massiv nach oben gegangen, massive Aufblähung des Marktes. Und jetzt kommen wir zurück. Da, ja, vielleicht 12,7,8 hier ein bedeutendes Tief. Und hier, da war das das Corona-Tief. Ja, das Corona-Tief da eben, ah nein, das war ja bei 7,8, etwa bei 7,900. Also da sind weitere Ziele möglich, wenn wir hier den Monatschart ansehen. Aber eben, das wird ja nie direkt angesteuert. Das geht immer in gezackt. Das geht gezackt. Wenn wir da im Minutenschart schauen, da geht es dann eigentlich, ja, momentan geht es gerade hinauf. Wir sind jetzt da wieder über dem V-Web und wir werden da wieder hin und her schwanken. Schauen wir das mal im 15-Minuten-Chart an. Also es geht da nicht geradelinig. Hier habe ich noch den V-Web gezeichnet. Mit, oh, den sieht man hier im Viertelstunden-Chart kaum. Ja, der ist da irgendwo ganz klein drin mit den Standard-Erweichungen 1 und 2. Und wir sehen da, wir tanzen um den We-Web. Der Tanz um den We-Web heißt natürlich Tanz um einen Gleichgewichtszustand. Und schauen wir da mal noch weiter das Down-Gap an. Der DAX war da bei 13.094, hat hier geendet und ist jetzt da bei 12.728. Also wir haben hier schon ein massives Down-Gap. 13.094, boah. Ja, das ist das Down-Gap. Jetzt, was kann da werden, wenn wir so einen riesen Down-Gap haben? Es kann zum Teil geschlossen werden. Es könnte aber auch Gap and Go geben um 9 Uhr, dass es weiter runter geht. Jetzt ziemlich unklar. Man muss einfach sehr vorsichtig sein heute mit Traden. Kleine Positionen Traden. Dann schauen wir DXY an. Der DXY ist immer sehr wichtig. Wenn der steigt, sinken die Aktienkurse. Momentan ist der DXY extrem hoch. Der war schon lange nicht mehr so hoch. Also Fluchtwährung, US-Dollar. Der Rubel, der wird verlassen. Der Rubel wird in US-Dollar gewechselt. Fluchtwährung. Darum so hohe Werte. Dann der Dow Jones. Auch mit massiven Down-Gap. Aber nicht so verrückt. Da der Dow Jones ja schon wieder im Bereich von gestern. Also das könnte heißen, dass wir eher wieder steigende Kurse sehen. Wenn der Dow Jones sich da durchsetzt. Und 3, 3, 6, 1, 4. Wenn wir hier das Gap anzeichnen. 2, 3. Ja, da ist auch ein beträchtliches Gap da. Ein Down-Gap. Und ja, da schauen wir mal, was passiert. Das war heute einfach sehr vorsichtig. Es besteht wirklich die Möglichkeit, dass wir da wieder zurück, dass wir hier zum Beispiel so ein U wieder füllen und wieder ansteigen. Ja, gut. Gut, also, da detailliert kann ich da jetzt eigentlich nichts sagen. Schauen wir mal die anderen Indizes. Also alle kommen unter. Und Gold. Ja, Gold steigt natürlich. Ja, jetzt sage ich mal mehr so stark, aber ist über Nacht gestiegen. Krieg. Und da ist natürlich Gold auch eine Fluchtwährung. Der Rubel, der rollt bergab. Das heißt ja Euro in Rubel. Da gewinnt der Euro an Wert. Da die Moskauer Exchange. Ich glaube, die hat immer noch nicht geöffnet. Gazprom auch nicht. Also in den... Ja, das ist wahrscheinlich ein anderer Handelsort von Gazprom. Gazprom delayt. Da ist es völlig, völlig abgekackt. Gazprom natürlich jetzt außer Geschäft. Und der USD-Rubel, ja, massive Verluste. Der Rubel zerlegt sich. Und wahrscheinlich damit auch die Währungsreserven von Russland. Aber da eben aufgepasst. Das hat natürlich den, ähm, momentan den Effekt, dass der Dollar extrem hoch wird und dass dann die Aktienindizes gedrückt wird. Das muss nicht fundamentaler Natur sein, wenn die Aktienindizes so fallen, sondern reine Währungsnatur. Also das würde auch heißen, dass man irgendwann mal längerfristig einsteigen kann. Ich bin mal auf der Suche danach, äh, ETFs, DAX-ETFs, vielleicht eben auch MSCI World oder sowas. Das könnte jetzt bald mal, ja, vielleicht Mitte, Ende März vielleicht ein guter Einstieg sein. Das Corona-Tief, das war ja auch im März, ich weiß jetzt auch nicht genau, an welchem März, das müssen wir mal noch nachschauen. Aber März hat es in sich. Sehr oft mit extremen, eklatanten Tiefständen wie das Corona-Tief. Und da hätte man langfristig einsteigen sollen mit ETFs, also mit wenig Gebühren. Mit CFDs kann man da nichts Langfristiges machen, weil CFDs zu hohe Übernachtgebühren haben. Also ich zahle hier zum Beispiel bei, äh, ähm, bei diesem Broker, äh, 1,40 Euro pro Nacht. Jetzt sind wahrscheinlich die Gebühren ein bisschen günstiger, weil eben die Kurse gefallen sind. Aber trotzdem, es kostet ziemlich viel, da Positionen länger zu behalten. Gut, das war's bei SwissTrader. Ich komme später dann mit Live-Trading. Tschüss zusammen.